Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten hier auf Nordbiene.de, heute am Dienstag, den 9. Februar 2021. Es gibt Neuigkeiten im Ermittlungsverfahren. Im April 2020 wurde gegen mich ja ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wegen des Verdampfens von Oxalsäure. Lange habe ich nichts mehr gehört in diesem Verfahren, doch heute habe ich Post bekommen, und zwar vom Landeskriminalamt. Demnach wurde gegen mich nun ein Strafverfahren eingeleitet, nach § 96 Arzneimittelgesetz. Es droht nun also eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Mit Schreiben vom 5. Februar 2021 übermittelt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein eine Vorladung im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Offenbar hat die bisherige Verfolgungsbehörde, das Landeslabor Schleswig-Holstein, nicht nur das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit, sondern auch einer Straftat gesehen. In einem solchen Fall gibt sie nach § 41 Ordnungswidrigkeit Gesetz das Ermittlungsverfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel ab. Die Strafverfolgungsbehörden werden nun in eigener Zuständigkeit über den Straftatbestand und gegebenenfalls das Strafmaß entscheiden. Tja, so kann es einem ergehen. Ich hatte heute bereits telefonischen Kontakt zum Landeskriminalamt und auch zu meinem Rechtsanwalt und gemeinsam haben wir entschieden, dass wir nun endlich Akteneinsicht in die Ermittlungsakte bekommen. Und je nach Inhalt werden wir dann eine entsprechende Stellungnahme verfassen, sodass dann der Termin der Vorladung überflüssig wird. Ich wundere mich ein bisschen über die Imkerverbände in Deutschland, die offenbar nichts unternehmen, damit das Verdampfen der Oxalsäure in Deutschland endlich legalisiert wird, so wie es in der gesamten Welt der Fall ist. Ich wundere mich aber auch über Imker, über Juristen oder Politiker, die offenbar überhaupt kein Interesse daran haben, an dem jetzigen juristischen Zustand irgendetwas zu ändern. Eine komische Situation. So meine Lieben, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Nordbine.de. Danke, tschüss.